iRobot in London. Knight Rider David Hasselhoff mit ihr Frau Pamela und seinen pummeligen Töchterlein Taylor Anne und Hayley, die sich im Hintergrund dezent langweilten, während Papa plapperte. Hauptdarsteller Will Smith wackelte über einen riesigen weißen Laufstück und machte dann oben auf dem Balkon Faxen, während Natasha Hamilton von Atomic Kitten ihre neue Frisur und ein totschickes Designerkleid ausführte und Vollproll-Schauspieler und Sänger Goldie sein Gold blitzen ließ.